Musik Musik Jo Leute und willkommen zurück zu Let's Fail together Ehm Alien swarmed dem Shooter mit Raufsicht Der Witz wird nie alt Ja, der Running Gag Immer noch mit Mir und Ihm Und wir haben keinen Plan Was wir gerade tun sollen Los starten die Mission bevor wir jetzt so lange rumhängen Charge him Äh, man sollte zufügen Wir haben jetzt davor ne Aufnahme gehabt Doch die haben wir gelöscht denn die war scheiße Internetproblem und so, man kennt das ja Ach ja, ich mag's immer Backrun Wabdi blabbi babbi Dann warte mal lieber auf mich, wenn du Backrun machst Backrun heißt ein Blatt, die ist auf rückwärts Ich kann rückwärts laufen Und ich stell mal kurz die Sentry hier auf Vermin die Fenster Ich stell erstmal hier die Sentry auf Es hört sich so falsch an Vermin die Fenster Sie kommen Keine Minen mehr Hochkonzentriert beim Hacken Und noch vor Ich hab ein Speedhack geschafft Mal wieder Ich würd sagen laufen wir Ich muss noch schnell meine Sentry Weg Weglaufen Achja, ich hab keine Minen mehr Ja, ist egal Brauchen wir jetzt eh nicht mehr Toll, jetzt hab ich keine Secondary mehr Obwohl, können wir zurücklaufen Was los? Da ist nicht ne tolle Secondary Äh Lass dich aber aufpassen, weil da steht das Schwarm Ach, das übersteh ich schon Du könntest ja schon vorauslaufen und schon mal die Konsole aktivieren Dass wir wenigstens nicht über die Brücke können Äh, die ist zum Hacken Nein, die ist nicht Hacken Okay, dann pass auf dich auf So So Jetzt kann ich fünfmal äh tollen Gimli machen Oh ja Einen tollen Aufwärtshaken mit tollen Abwärtshaken Komm Komm Komme Hi Wut? Warte, ich heil auf jeden Fall Feuer, okay? Ja Okay, los Nein, nicht drehen Scheiß Sentry Gehirn, Gehirn zu mir Zu mir, zu mir, zu mir Ich finde das echt genial, animiert und so weiter Finde ich auch Vor allem ist das Leiste links Welche? Die links das Ding Links? Wenn Zeitlupe zum Beispiel ist Hey Ach der Der hängt hinter der Sentry fest Ich hab die Sentry so eingestellt, dass er uns glitscht Ich hab ihn verpackt Ich bin ein Monster, tötet mich Siehste, der ist gepackt? Oh, ich hab ihn gerade im Nahkampf kaputt gemacht Ja, das ist auch möglich Die Sentry brauchen wir nicht mehr Nein, aber ich brauch Muni Und du auch Äh, ich unbedingt auch, ja Scheiße, ich glaub für dich ist da keine Muni Ja doch, da ist alle meine Muni Ich nehme zwei Slots, okay? Achso, du hast das Stufen da auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Achso, du hast das Stufen da auch Hast du voll? Mit Bumpy Ich, ich hab zwei Slots Ich hab acht Also auch mein einziges war versucht Hacke ich mal kurz jedes Spielfeld Passt! Speedhead Nummer 2 Okay Okay Und diesmal bleiben wir im Lichtschein Mit SHIFT kannst du gehen, wenn du gedrückt hast Dann laufst du nicht immer ständig raus Bapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Sofällig treffe Ach, du musst doch nur diesen Laserstrahl Von dir gesehen Ungefähr in die Linie bringen Sodass du viele Gegner triffst Bam Achtung Erster großer Achtung, kommen lassen, kommen lassen Mann, du scheiß Schiff Du sollst auf diesen Ballern, ey Nicht auf irgendwas anderes, das da vorne kommt Da kommt nicht gleich der nächste Schild, Heini Da kommt gleich der nächste Brummier Letzte, letzten vier Schuss Ich hab immer noch nicht meinen Gimli genutzt Ich nutze es bitte Dann zeig das mal schnell GIMLI Das war so eine kleine Druckwelle Und kann somit auch wirklich gegen viele Gegner Auf einmal helfen So, und jetzt müssen wir ganz chillig Über das Schiff laufen GIMLI Oh, der Reaktor ist tot Da runter, runter Hui Mission complete Somit haben wir drei Missionen Yay Irgendwas weiß ich wie vielen Parts Und ich schalte endlich die scheißgeile AVK 36 Scharfschutzigwehr frei Oh ja, die ist praktisch Die nehm ich jetzt auch immer gleich hier Um kurz zu testen Ich würd sagen Die AVK lernt ihr im nächsten Part kennen Ja Und das nächste Level ebenso Ja, bis dahin Cheerio Und so weiter Essen denn mehr Melonen Ihr vergesst das hoffentlich nicht Ich tue gerade Ich tue wieder Schirm Und so weiter Ich tue wieder Und so weiter We Ed Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.